Angenommen, ich möchte einen 4-Spur-Mix direkt im Record Panel aufnehmen, im Mixer lege ich mir diese 4 Spuren an. Auf einen Stereo-Bus schalte dann die Spuren scharf, mit oder ohne Effekten. Der Stereo-Bus wird dann separat auf zwei Spuren aufgenommen. Dazu kommt noch ein Monitorausgang. Dann legen wir den Aufnahmeordner fest und müssen dann nur noch auf Aufnahme drücken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017